Nachdenkseiten Die kritische Website Ein europäischer Putsch Die aktuelle Entwicklung der EU aus Sicht eines italienischen Linken Von Maike Gosch Ein Interview mit dem italienischen Autor und Journalisten Thomas Fazzi über die EU als demokratisches oder antidemokratisches Projekt und seine aktuelle Studie Der stille Putsch, der Griff der Europäischen Kommission nach der Macht Das Interview hat Maike Gosch geführt und aus dem Englischen übersetzt Thomas Fazzi ist ein vielfach ausgezeichneter italienischer Autor und Journalist der sich selbst als Sozialist bezeichnet Seine Artikel sind in zahlreichen Online- und Printpublikationen erschienen unter anderem ist er Kolumnist für das britische Magazin Unheard und Redakteur des US-amerikanischen Magazins Compact Kürzlich hat er eine europapolitische Studie mit dem Titel »The Silent Coup – The European Commission Powers Grab« der stille Putsch, der Griff der Europäischen Kommission nach der Macht veröffentlicht Wir sprechen mit ihm im heutigen ersten Teil des Interviews über die Vorgeschichte dieser Entwicklung und darüber, inwieweit die EU demokratisch konstituiert und legitimiert ist oder es je war, was ihre wahre Geschichte ist und wie sie sich aktuell entwickelt Im zweiten Teil werden wir genauer auf Fazis aktuelle Studie eingehen Ist Kritik an der EU ein Monopol der Rechten? Maike Gosch Lieber Thomas Fazzi, könnten Sie uns zum Einstieg und als Hintergrund ein wenig über sich und Ihren Werdegang erzählen? Politisch gesehen war meine Feuertaufe Ende der 1990er, Anfang der 2000er Jahre mit der Antiglobalisierungsbewegung Das war es eigentlich, was mich in die Politik gebracht hat Ich gehörte zu dem, was man als radikale Linke oder sozialistische Linke bezeichnen könnte als die Linke noch nicht völlig durchgedreht war auch wenn einige frühe Anzeichen dafür bereits vorhanden waren Das war eine sehr aufregende Zeit, um in der Politik tätig zu sein Es war die erste Massenbewegung, die im Westen seit mehr als einem Jahrzehnt aufgekommen war Und ich würde auch sagen, dass es die letzte große linke Massenbewegung war die wir im Westen hatten und die noch ein paar Jahre anhielt und sich nach dem 11. September und dem Beginn der Kriege nach dem 11. September zu einer Antikriegs- und Friedensbewegung entwickelte Danach, Mitte der 2000er Jahre, erlosch die Bewegung aus einer Reihe von Gründen und viele von uns zogen sich aus der aktiven Politik zurück Als Folge des Zusammenbruchs der Bewegung zogen wir uns in unser Privatleben zurück Auch ich habe mich eine Zeit lang aus der Politik zurückgezogen bis die Finanzkrise kam Das hat mein Interesse an den Geschehnissen in der Welt wieder geweckt insbesondere als die Krise Europa erreichte und sich zur sogenannten Staatsschuldenkrise entwickelte Mir war klar, dass ich, obwohl ich mich schon sehr lange für Politik interessiere und engagiere nicht wirklich verstand, worum es bei der Finanzkrise oder der Euro-Krise ging aber ich erkannte, dass die offizielle Darstellung keinen Sinn ergab Also begab ich mich auf eine intellektuelle Reise und habe mich sehr fundiert mit Wirtschaft beschäftigt, um Politik besser zu verstehen Das führte dazu, dass ich mein erstes Buch schrieb The Battle of Europe, das 2014 erschien und eine Art Gegengeschichte zur Euro-Krise aus einer heterodoxen wirtschaftlichen Perspektive darstellte Von da an wurde die Wirtschaft zu meiner großen Leidenschaft und ich begann mehr darüber zu schreiben So kam ich zum Schreiben und zum Vollzeitjob als Journalist Nach und nach wurde mir immer klarer, wie das System funktioniert und vor allem die sehr negative Rolle der Europäischen Union aus sozialer und wirtschaftlicher Sicht Was dazu führte, dass ich mich von der Linken entfremdete die sich klar pro EU positioniert hatte Stattdessen begann ich, die EU als Ursache für viele der Probleme zu sehen die wir heute in Europa haben Und dann kam natürlich die Covid-Krise und das bedeutete meine offizielle Trennung von der Linken denn ich sah die Geschehnisse aus einer völlig anderen Perspektive als 99% der Menschen auf der Linken Ich erkläre meine Sichtweise dieses Ereignisses in dem Buch The Covid Consensus The Global Assault on Democracy and the Poor A Critique from the Left das ich gemeinsam mit dem britischen Historiker Toby Green verfasst habe Gab es denn eine Zeit, in der Sie auch von dem europäischen Projekt oder der EU begeistert waren? Ich war nie wirklich begeistert davon Es war eher so, dass ich vor der Euro-Krise nicht wirklich viel darüber nachgedacht habe wie die meisten Leute im Rahmen der linken Bewegung, die ich kannte Was an sich schon problematisch ist, weil wir nicht erkannt haben wie wichtig es ist, politisch auf nationaler Ebene zu arbeiten und welche Rolle die Nationalstaaten bei politischen Veränderungen spielen Ich glaube, wir waren in dieser Hinsicht sehr naiv Wir wollten die ganze Welt verändern Der Slogan der Antiglobalisierungsbewegung lautete Eine andere Welt ist möglich, ohne zu begreifen, dass man nicht wirklich die Welt verändern kann Bestenfalls kann man vielleicht dazu beitragen, das Land zu verändern, in dem man lebt Aber aufgrund dieser naiven Sichtweise haben wir auch völlig außer Acht gelassen was die Europäische Union ist und welche Beschränkungen sie jeder Form von radikalem Wandel auf nationaler Ebene auferlegt Also habe ich lange Zeit nicht viel über die EU nachgedacht Und dann, als die Euro-Krise ausbrach, schloss ich mich zunächst der linken Sichtweise an die besagte, dass die Europäische Union nach wie vor ein nobles Projekt sei, das gerettet werden müsse das aber irgendwie in die Irre gegangen sei und wieder auf den richtigen Kurs gebracht werden müsse weil es einfach nur aus dem Ruder gelaufen sei Aber ich war der Meinung, dass das Projekt an sich eine gute Sache ist, die es zu bewahren gilt Denn wie viele Menschen in der Linken, insbesondere in der radikalen Linken der 90er, Anfang 2000er Jahre hatte ich eine sehr negative Sicht auf den Nationalstaat und auf das Konzept von nationaler Souveränität die ich mit etwas Reaktionärem und an sich Schlechtem assoziierte Aufgrund dieser staatsfeindlichen Einstellung, die in einer radikalen Linke weit verbreitet war nahm ich automatisch an, dass ein Projekt, das die Nationalstaaten überwinden wollte, gut sein müsse weil Nationalstaaten schlecht, reaktionär und faschistisch sind Auch in dieser Hinsicht war ich sehr naiv Später habe ich meine Meinung geändert, aber es gab einen Moment, in dem ich diese Ansicht voll und ganz teilte Und das zeigte wieder einmal die Macht der Propaganda Ich glaube, wir wurden jahrzehntelang mit Propaganda in Bezug auf die Europäische Union überschüttet Daher ist es nicht überraschend, dass viele von uns diese positiven Ansichten über die EU hatten und dass viele Menschen dies immer noch tun, weil einige sehr gute Erzähltechniken verwendet wurden um die Idee der Europäischen Union zu bewerben unter Verwendung der europäischen Geschichte wie zum Beispiel bei der Darstellung, dass die EU ein großes Friedensprojekt sei Und wer will keinen Frieden? In Europa war es recht einfach, den Menschen die Idee zu verkaufen, dass Nationalstaaten schlecht sind da es zwei katastrophale Weltkriege zwischen europäischen Staaten gegeben hatte Es war sehr clever, diese Geschichte zu nutzen, um ein Projekt zu fördern bei dem es nie wirklich um Frieden oder internationale Zusammenarbeit zwischen den Völkern ging Meiner Meinung nach ging es immer um etwas ganz anderes aber es hat eine Weile gedauert, bis ich selbst das verstanden habe Wie sollte man denn aus Ihrer Sicht die Entwicklung der EU verstehen? Was ist Ihrer Meinung nach die wahre Geschichte? Ich denke, wenn man sich mit der Geschichte der Europäischen Union und ihrem Wesen auseinandersetzt stellt man fest, dass sie etwas ganz anderes ist als das, was man uns erzählt hat Es ist etwas, das sehr wenig mit der offiziellen Geschichte einer immer engeren Union der Völker Europas zu tun hat und man stellt fest, dass es eigentlich immer ein Elitenprojekt war, von Anfang an Und es war ein Projekt, das sowohl politische als auch wirtschaftliche Ziele verfolgte Wenn man die rosarote Brille abnimmt, erkennt man, dass die Europäische Union in Wirklichkeit die extremste Ausprägung des größeren neoliberalen Projekts ist Wenn man sich anschaut, worum es bei dem neoliberalen Projekt ging war es letztlich eine Reaktion auf den Zusammenbruch des Nachkriegskonsenses der aus kapitalistischer Sicht sowohl wirtschaftlich als auch politisch unhaltbar geworden war weil die Gewinnspannen Mitte der 70er Jahre aus verschiedenen Gründen immer mehr schrumpften Aber unterm Strich funktionierte das System nicht mehr im Interesse der kapitalistischen Klasse Eine Menge politischer Spannungen waren auch in Bezug auf die Arbeiterklasse, die arbeitenden Menschen und die organisierte Arbeiterschaft entstanden, die aus Sicht der Kapitalisten zu mächtig wurden Es war eine Zeit großer politischer Umwälzungen, in der die politischen Massenparteien einschließlich sozialistischer, kommunistischer, sozialdemokratischer und Arbeiterparteien immer stärker wurden In einigen elitären Kreisen herrschte die wirkliche Befürchtung, dass die Massen in der Lage sein würden die kapitalistische Logik durch den demokratischen Prozess langsam zu überwinden Dies führte zu einer sehr starken Gegenreaktion der Eliten, die als neoliberale Konterrevolution bekannt wurde welche sowohl ein wirtschaftliches als auch ein politisches Projekt war Es war ein wirtschaftliches Projekt im Sinne der Zurückdrängung der Macht der organisierten Arbeiterschaft und der Wiederherstellung von Gewinnmargen Es war aber auch ein politisches Projekt, um eine Lösung für dieses Übermaß an demokratischer Mitsprache zu finden In gewisser Weise war das neoliberale Projekt eine Antwort auf diese beiden Aspekte An der wirtschaftlichen Front gab es all die Wirtschaftsreformen und die Angriffe auf die Gewerkschaften die Liberalisierung und Deregulierung der Wirtschaft und all das Aber es gab auch eine politische Reaktion, bei der die Eliten versuchten Wege zu finden die formalen Aspekte der Demokratie aufrecht zu erhalten während sie gleichzeitig die Demokratie von innen heraus aushüllten Und ich glaube, eine der Lösungen, die sie fanden war Wie können wir den Entscheidungsprozess entpolitisieren? Wie können wir dafür sorgen, dass die Menschen zwar die Möglichkeit haben an den Wahlen teilzunehmen und für die Partei ihrer Wahl zu stimmen dass sie aber nicht in der Lage sind, die Politik in den wirklich wichtigen Bereichen zu beeinflussen Insbesondere in der Wirtschafts- und Sozialpolitik, aber auch in der Außenpolitik Und eine der Lösungen, die sie fanden, war die Supranationalisierung der Politik bei der man den Ort des Entscheidungsprozesses von der nationalen Ebene wo die Menschen theoretisch ein Mitspracherecht haben auf die internationalen Organisationen verlagert wie zum Beispiel die WTO, wenn es um Handel geht und ähnliche Organisationen, aber auch supranationale Organisationen wie die Europäische Union, die praktisch von demokratischer Rechenschaftspflicht und demokratischer Kontrolle abgeschottet sind Im Grunde genommen haben die Menschen nur sehr wenig Einfluss auf das was auf dieser Ebene entschieden wird denn auf einer supranationalen Ebene gibt es keine wirkliche Demokratie Demokratie hat es nur auf nationaler Ebene gegeben und kann es meines Erachtens auch nur auf nationaler Ebene geben Wenn man also beginnt, die Dinge aus dieser breiteren historischen Perspektive zu betrachten wird einem klar, wohin es bei dem Projekt der Europäischen Union ging Es war wirklich ein Weg, auf diese Krise zu reagieren und den Neoliberalismus in einem noch nie dagewesenen Ausmaß umzusetzen indem man im Wesentlichen die nationalen Demokratien und die nationalen Souveränitäten aushüllte indem man diese supranationale Institution schuf die sich als weitgehend resistent gegenüber jeder Form von demokratischem Druck erweisen würde Das ist also der politische Aspekt des neoliberalen Projekts und gleichzeitig würde diese Institution dazu benutzt werden die Gesellschaften im Einklang mit der neoliberalen Agenda umzugestalten Ich denke, das ist der Kern des Projekts der Europäischen Union Es ist ein von einer Elite geführtes kapitalistisches Projekt das darauf abzielt, die Macht des Kapitals auf Kosten der Arbeiter und Bürger nach der Krise der 1970er Jahre zu stärken Und ich denke, dass es in dieser Hinsicht aus Sicht der Eliten ein großer Erfolg war Die EU hat es geschafft, die Politik und den Entscheidungsprozess in einem größeren Maße zu entpolitisieren als irgendwo sonst auf der Welt Für die Arbeitnehmer war es eine absolute Katastrophe Sie war ein sehr mächtiges Instrument zur Demontage eines Großteils des europäischen Sozialmodells Die Europäische Union ist also weit davon entfernt, dieses Modell zu fördern Sie ist vielmehr das wichtigste Instrument zur Demontage des europäischen sozialdemokratischen Nachkriegsmodells auf das wir alle so stolz sind Ich denke, das ist es, was die Europäische Union ausmacht Sie ist ein grundlegend antidemokratisches Elitenprojekt das dazu dient, die Macht von Unternehmen und einer Elite in Europa zu festigen Ich denke, das ist es, was sie schon immer war Und das ist es heute mehr denn je Außer, dass wir heute eine zusätzliche geopolitische Wendung haben die es vor ein paar Jahren noch nicht gab nämlich diese praktische Verschmelzung der Europäischen Union mit der NATO die die Europäische Union noch gefährlicher macht, als sie vorher war Denn jetzt haben wir nicht nur eine Institution, die im Wesentlichen darauf ausgerichtet ist die Demokratie zu untergraben und die sozialen und wirtschaftlichen Rechte der Menschen zu beschneiden Jetzt haben wir auch eine Institution, die sich voll und ganz der geopolitischen Strategie der USA und der NATO verschrieben hat die heute im Wesentlichen darin besteht, einen Krieg gegen Russland zu führen was natürlich etwas ist, worüber alle Europäer sehr besorgt sein sollten Was jetzt geschieht, entlarvt auch die Vorstellung von der Europäischen Union als Friedensprojekt was vielleicht der letzte Mythos war, der noch übrig geblieben war obwohl man argumentieren könnte, dass die Rolle der EU bei der Bombardierung Jugoslawiens dies bereits getan hat Aber heute ist dieser Mythos mehr denn je entlarvt Heutzutage wird die Kritik an der EU meistens als eine rechte, autoritäre, populistische und nationalistische Position dargestellt Was sie vortragen, klingt aber wie eine klassisch linke Kritik Wie würden sie sie verorten? Ja, ich würde meine Kritik als völlig übereinstimmend mit einer linken Analyse betrachten die natürlich immer die Demokratie in den Vordergrund stellen sollte Denn nur durch Demokratie, durch substanzielle Demokratie, nicht nur durch formale Demokratie können die Menschen hoffen, dem Machtblock der Eliten etwas entgegenzusetzen der zwar eine winzige Minderheit in der Gesellschaft ist, aber eine enorme wirtschaftliche und politische Macht ausübt Nur durch kollektives Handeln können die Menschen also hoffen, es mit dieser Macht aufzunehmen Das kann man nur auf demokratischer Ebene tun Deshalb standen sozialistisch, historisch gesehen an vorderster Front im Kampf für demokratische Rechte weil sie immer verstanden haben, dass Demokratie eine Voraussetzung dafür ist, die Macht des Kapitals herauszufordern Man müsste also eigentlich davon ausgehen, dass jemand auf der Linken jedem Projekt, das dazu tendiert die Demokratie auszuhöhlen und sie praktisch machtlos zu machen, sofort skeptisch gegenübersteht denn das ist es, was die Europäische Union tut Ich glaube, es ist nicht genug Leuten klar, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union bedeutet dass man effektiv jede Möglichkeit verliert, sich wirklich in den demokratischen Prozess einzubringen und zwar aus einem einfachen Grund und ich denke, wir haben in den letzten Jahren genügend Beispiele dafür gesehen dass egal wen man wählt, diese Regierung letztlich nicht in der Lage sein wird, ein Programm umzusetzen das eine Alternative zum Status Quo darstellt, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich Denn dazu braucht man eine Reihe von wirtschaftlichen Instrumenten, um die Wirtschaft zu regulieren und in sie einzugreifen was die Regierungen heute nicht haben, weil wir all diese Befugnisse an die Europäische Union delegiert haben Ich glaube, die Menschen wissen nicht wirklich, welche große Bedeutung für die Demokratie die Europäische Union darstellt Man kann für eine Partei stimmen, die ein bestimmtes Programm hat aber am Ende des Tages fehlen ihnen die Mittel, um einen systemischen Wandel zu bewirken denn all diese Instrumente befinden sich jetzt in Brüssel und Frankfurt Das ist eine enorme Herausforderung für die Demokratie und zwar so sehr, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union und vor allem im Euro jede Vorstellung davon, dass unsere Länder Demokratien im eigentlichen Sinne sind, fast zunichte macht Man könnte also meinen, dass dies etwas ist, das die Menschen auf der Linken beunruhigt Und lange Zeit war das auch tatsächlich so Auch wenn die Kritik an der Europäischen Union heute mit der Rechten in Verbindung gebracht wird kam die meiste Kritik tatsächlich lange Zeit von der Linken Bis in die 70er und 80er Jahre waren so gut wie alle sozialistischen, kommunistischen und sozialdemokratischen Parteien aus genau diesen Gründen entschieden gegen die Europäische Union Sie sahen darin eine Bedrohung für die Demokratie und damit für die Fähigkeit der Arbeitnehmer die Politik durch den demokratischen Prozess zu ihrem Vorteil zu beeinflussen Ich meine, das ist keine Raketentechnik Wenn man sich mein Land Italien ansieht, war die Kommunistische Partei Italiens die souveränste Partei, die es je gegeben hat Sie ist die einzige Partei, die gegen alle europäischen Verträge gestimmt hat vom Vertrag von Rom 1957 bis zum Vertrag von Maastricht 1992 Aber wenn man sich die Geschichte der sozialistischen und kommunistischen Parteien in Frankreich oder der Labour Party in Großbritannien anschaut, zeigt sich ein sehr ähnliches Muster Es waren die linken Parteien, die gegen die Europäische Union gestimmt haben, weil sie erkannten dass es sich um ein elitäres, korporatistisches, antidemokratisches Projekt handelte während es die konservativen Parteien, die liberalen Parteien waren, die die Europäische Union unterstützt haben Ein weiteres außergewöhnliches Kunststück der Propaganda ist also dass sie es geschafft haben, jede Kritik an der EU irgendwie in eine rechte Sache zu verwandeln obwohl es in Wirklichkeit lange Zeit genau das Gegenteil war Aber natürlich trägt auch die Linke eine große Verantwortung denn die Linke selbst hat ihre Ansichten über die EU geändert Und als die Linke die Europäische Union zu ihrer eigenen Sache machte wurde es für das Establishment natürlich viel einfacher jeden, der kein großer Fan der EU war, als Rechten zu beschuldigen Dieser Wandel, fast eine anthropologische Mutation der Linken hat sich über einen langen Zeitraum vollzogen Der australische Wirtschaftswissenschaftler Bill Mitchell und ich gehen auf diese Geschichte in unserem 2017 veröffentlichten Buch Reclaiming the State ein In diesem Buch sprechen wir unter anderem über den Wandel der Linken und darüber, wie sich die Linke von einem Verständnis der Bedeutung der nationalen Souveränität als einzigem Ort, an dem tatsächlich demokratische Politik stattfinden kann zu einer zunehmend negativen Sichtweise der nationalen Souveränität entwickelte und diese Ideologie des Supranationalismus übernahm Letztlich haben sie damit das neoliberale Projekt massiv unterstützt Ich bin sicher, dass viele Menschen auf der Linken diese Entwicklung in gutem Glauben unterstützt haben Sie haben einfach nicht erkannt, was wirklich dahinter steckt Aber so kommen wir zu der Situation, in der wir uns heute befinden wo die Linke die Idee der nationalen Souveränität völlig ablehnt Aber wenn man genauer darüber nachdenkt, erkennt man, dass diese Ablehnung der Idee der nationalen Souveränität absolut keinen Sinn macht Letztlich hat sich die Demokratie historisch gesehen innerhalb der Grenzen des Nationalstaates entwickelt weil die Demokratie, wie der Name schon sagt, einen Demos erfordert Sie erfordert also eine Gemeinschaft, die sich selbst als politisches Subjekt betrachtet deren Mitglieder bis zu einem gewissen Grad eine gemeinsame Identität teilen die normalerweise durch eine gemeinsame Sprache, Werte, Normen und so weiter definiert wird So hat sich die Demokratie historisch entwickelt und sobald man anfängt, die Idee zu verkaufen dass man Demokratie auf supranationale Ebene haben kann, verkauft man eigentlich eine Lüge denn das Konzept der Nationalstaaten und der nationalen Souveränität ist weit davon entfernt ein reaktionäres Konzept zu sein Es ist tatsächlich eine Voraussetzung für jede Form von radikalem demokratischen Wandel Wenn man das so einmal verstanden hat, versteht man auch, warum die Europäische Union ein so gefährliches Projekt ist Es ist fast lustig, wie sie es geschafft haben, nicht nur die wahre Natur der EU zu verschleiern sondern auch völlig umzudeuten, was es bedeutet, gegen die Europäische Union zu sein Sie haben kürzlich einen Bericht mit dem Titel Der stille Putsch, die Machtübernahme durch die Europäische Kommission veröffentlicht Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, klingt es, als ob diese Machtübernahme, wenn man so will schon eine ganze Weile läuft, sich aber vielleicht in letzter Zeit beschleunigt hat Wie sehen Sie das? Nun, ich denke, die Europäische Union als supranationales Projekt ist an sich schon antidemokratisch Aber es ist natürlich auch sehr wichtig zu verstehen, wie es funktioniert und wie sich diese Bedrohung der Demokratie im Laufe der Zeit verändert hat Es ist wichtig zu verstehen, dass die Europäische Union ein Projekt war, das von den nationalen Eliten stark gefördert wurde Sie hat sich nicht von selbst entwickelt Es war ein Projekt, das von den nationalen Eliten aktiv gefördert wurde und das mag paradox erscheinen Warum sollten die nationalen Eliten bereit sein, ihre eigenen Befugnisse aufzugeben und diese Befugnisse an eine supranationale Institution zu übertragen auf die sie selbst natürlich auch nur begrenzten Einfluss hätten ganz zu schweigen von den einfachen Menschen Dies hängt mit dem zusammen, was ich vorhin über die Art und Weise gesagt habe wie die Europäische Union, insbesondere seit Maastricht, dazu benutzt wurde diesen demokratischen Druck zu umgehen mit dem die nationalen Eliten nicht mehr umzugehen wussten Und sie sahen in der Europäischen Union eine bequeme Möglichkeit, diesem Druck auszuweichen Sie erkannten, dass sie durch die Übertragung von Zuständigkeiten an eine supranationale Institution in der Lage sein würden eine Politik umzusetzen, die sie selbst umsetzen wollten eine neoliberale Politik, die darauf abzielte, die Demokratie zu sabotieren die Macht der organisierten Arbeiterschaft zu schwächen den Wohlfahrtsstaat zu demontieren und so weiter von der sie aber wussten, dass sie aus gutem Grund sehr unpopulär war Und so erkannten die nationalen Eliten, dass sie durch die Übertragung der Macht an die Europäische Union in der Lage sein würde diese Politik durchzusetzen indem sie die Europäische Union zum Sündenbock machten indem sie sagten, das ist nicht etwas, das wir tun wollen sondern etwas, das uns die Europäische Union aufträgt Ich denke, diese Logik der Schuldverschiebung ist sehr wichtig um zu verstehen, warum die nationalen Eliten die Europäische Union schon früh unterstützt haben Sie sahen sie als ein Instrument dass sie gegen die eigene Bevölkerung, gegen ihre eigenen Wähler einsetzen konnten Vor allem in meinem Land, Italien, haben wir dieses Narrativ im Laufe der Jahrzehnte immer wieder gehört Es ist ein sehr starkes Narrativ und es hat in hohem Maß dazu beigetragen die Umsetzung vieler dieser politischen Maßnahmen zu erleichtern weil es bedeutet, dass die Politiker die Urheberschaft für diese Maßnahmen verschleiern konnten und vermeiden konnten, für sie verantwortlich gemacht zu werden indem sie die Schuld auf die Europäische Union schoben Und daher ist es für mich ziemlich klar, dass die Europäische Union vor allem in den ersten Jahren als eine Art trojanisches Pferd benutzt wurde um eine Menge politischer Maßnahmen umzusetzen die andernfalls viel schwieriger zu realisieren gewesen wären Man kann sie also letztlich als ein Projekt sehen bei dem sich nationale Führer aus ganz Europa zusammengetan haben um sich gegen ihr eigenes Volk zu verschwören auch wenn natürlich in jedem Land eine andere Logik im Spiel war Die Gründe, warum Deutschland dem Euro beigetreten ist waren beispielsweise ganz andere als die Gründe, warum Italien dem Euro beigetreten ist Aber man kann diese Art von antidemokratischem Vorstoß in allen Ländern beobachten Und in diesem Zusammenhang hat es die Kommission als eine Art supranationale Regierung innerhalb der Europäischen Union natürlich immer gegeben Und sie hat immer einen ziemlich großen Einfluss gehabt vor allem auf die einzige Institution, die innerhalb der Europäischen Union Gesetze initiieren kann Und in diesem Zusammenhang hat es die Kommission als eine Art supranationale Regierung innerhalb der Europäischen Union natürlich immer gegeben Und sie hat immer einen ziemlich großen Einfluss gehabt vor allem als die einzige Institution, die innerhalb der Europäischen Union Gesetze initiieren kann und natürlich als eine Institution, die weitgehend von äußerem Druck abgeschirmt ist Nicht nur von demokratischem Druck durch die Bevölkerung sondern auch von dem Druck der nationalen Regierungen In dieser Hinsicht hat sie immer einen ziemlich großen Spielraum genossen So spielte beispielsweise die Delors-Kommission in den 1980er Jahren eine wichtige Rolle dabei den Weg zur Währungsunion zu ebnen Aber man könnte in diesem Zusammenhang argumentieren dass es immer noch zu einem großen Teil Nationalstaaten waren die die Institutionen der Europäischen Union nutzten um ihre eigenen Interessen durchzusetzen Und hierbei hat der Europäische Rat, die Institution, die alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union umfasst neben der Europäischen Kommission eine wichtige Rolle gespielt Das hat die Europäische Union nicht unbedingt demokratischer gemacht denn die Mitgliedstaaten selbst waren der Demokratie nicht besonders verpflichtet und haben die Europäische Union benutzt, um die Demokratie zu umgehen, wie ich oben erklärt habe Dennoch spielten die nationalen Regierungen über den Rat eine wichtige Rolle und ich denke, wir haben das zum Beispiel während der Euro-Krise sehr deutlich gesehen auch wenn die Europäische Kommission auch damals schon ihre Befugnisse ebenfalls erweitert hat Wir alle erinnern uns daran, wie wichtig die Rolle der nationalen Regierungen in dieser Krise war zum Beispiel die Deutschlands, natürlich durch Angela Merkel und die Frankreichs durch Sarkozy Es ist ziemlich klar, dass die nationalen Regierungen zu dieser Zeit noch stark in den Entscheidungsprozess der EU eingebunden waren Auch hier handelten sie nicht unbedingt im Einklang mit dem Willen der Menschen in ihren eigenen Ländern Dennoch könnte man argumentieren, dass ein Prozess der Verhandlungen zwischen demokratisch gewählten nationalen Regierungen beinhaltet immer noch demokratischer ist als ein Prozess, der in den Händen einer völlig ungewählten und undemokratischen Institution wie der Europäischen Kommission liegt Vor allem in den letzten 10 bis 15 Jahren, beginnend mit der Euro-Krise ist nun eine langsame, aber stetige Ausweitung der Befugnisse der Kommission zu beobachten die ihre Macht langsam auf Zuständigkeitsbereiche und sogar auf die Angelegenheiten der Mitgliedstaaten ausgedehnt hat Auch auf Bereiche, für die sie zuvor keine Zuständigkeit hatte und sogar auf solche, für die sie auf der Grundlage der europäischen Verträge keine formellen Befugnisse hat Ich sehe dies als einen zweigleisigen Prozess Den einen könnte man als Kompetenzausweitung, im Original Competence Creep, bezeichnen Das ist die Art und Weise, in der die Europäische Union durch die Kommission langsam ihren Einfluss und ihre Kontrolle über immer mehr Bereiche der Entscheidungsfindung ausweitet Und das ist etwas, das immer hinter den Kulissen geschieht Dies kann durch Urteile des Europäischen Gerichtshofs geschehen, die der Europäischen Union immer mehr Macht verleihen oder durch kleine Gesetzesänderungen, von denen die meisten Menschen nicht einmal wissen, dass sie stattfinden Einige Wissenschaftler haben dies auch als heimliche Integration oder verdeckte Integration bezeichnet Das ist eine Integration, die nicht durch demokratische Willensbildung oder Vertragsänderungen erfolgt Es ist etwas, das hinter den Kulissen und vor neugierigen Blicken verborgen geschieht Und dessen sich die meisten Menschen nicht einmal bewusst sind Es handelt sich also um eine sehr hinterhältige Form der Integration Denn ursprünglich wurden der Europäischen Union nur begrenzte Befugnisse übertragen Aber im Laufe der Jahre wurden diese Befugnisse massiv erweitert Aber es gibt noch eine andere Art und Weise, wie die Kommission ihre Befugnisse ausgeweitet hat Und zwar durch das, was ich in meinem Bericht Integration durch Putsch oder Putsche nenne In Krisenzeiten, wenn die Menschen verängstigt, desorientiert oder verwirrt sind Ist es viel einfacher, schnelle und sogar radikale institutionelle Veränderungen durchzusetzen Es wird viel einfacher, Institutionen und sogar Gesellschaften umzugestalten Im Gegensatz zu diesem langsamen, schleichenden Kompetenzzuwachs, der immer stattfindet Kommt es in Krisenzeiten fast zu Quantensprüngen, bei denen die Kommission die Gelegenheit nutzt Um ihre Befugnisse plötzlich zu erweitern Fast so, wie man es bei einem Staatsstreich erwarten würde Ein Begriff, den ich in diesem Papier häufig verwende Weil er meiner Meinung nach die Art dieser Machtergreifung recht gut beschreibt Es handelt sich nicht um einen gewaltsamen Staatsstreich An ihm ist weder das Militär noch die Polizei beteiligt Aber dennoch ist es etwas, das insofern Staatsstreich ist Als Momente der öffentlichen Desorientierung genutzt werden, um plötzlich die Macht zu ergreifen Oft auf eine Art und Weise, die sogar gegen die europäischen Verträge und das europäische Recht selbst verstößt Ohne jegliche demokratische Verhandlungen Unter Ursula von der Leyen hat dieser Prozess eine massive Beschleunigung erfahren Ende Teil 1 Nachdenkseiten Die kritische Website Ein europäischer Putsch Die aktuelle Entwicklung der EU aus Sicht eines italienischen Linken Von Maike Gosch Teil 2 Der zweite Teil des Interviews mit dem italienischen Autor und Journalisten Thomas Fazzi Über die EU als demokratisches oder antidemokratisches Projekt Und seine aktuelle Studie Der stille Putsch Der Griff der Europäischen Kommission nach der Macht Das Interview hat Maike Gosch geführt und aus dem Englischen übersetzt Thomas Fazzi ist ein vielfach ausgezeichneter italienischer Autor und Journalist, der sich selbst als Sozialist bezeichnet Seine Artikel sind in zahlreichen Online- und Printpublikationen erschienen Unter anderem ist er Kolumnist für das britische Magazin Unheard und Redakteur des US-amerikanischen Magazins Compact Kürzlich hat er eine europapolitische Studie mit dem Titel The Silent Coup The European Commission Powers Grab Der stille Putsch Der Griff der Europäischen Kommission nach der Macht Veröffentlicht Wir sprachen mit ihm im ersten Teil des Interviews über die Vorgeschichte dieser Entwicklung Und darüber, inwieweit die EU demokratisch konstituiert und legitimiert ist oder es je war Was ihre wahre Geschichte ist und wie sie sich aktuell entwickelt In diesem zweiten Teil werden wir genauer auf Fazis aktuelle Studie eingehen Im ersten Teil des Interviews haben wir viel über den Hintergrund und die Geschichte der EU gesprochen Und auch über die allmähliche Machtverschiebung von den Mitgliedstaaten hin zur EU Kommen wir nun zu den Krisen, die laut ihrer Studie Der stille Putsch, der Griff der Europäischen Kommission nach der Macht dazu benutzt wurden Die Macht weiter auf die EU und insbesondere auf die Europäische Kommission zu übertragen In dieser Untersuchung konzentriere ich mich auf drei historische Wendepunkte Die Euro-Krise, die Covid-19-Pandemie und die Ukraine-Krise Und wie all diese Krisen von der Kommission genutzt werden, um ihre Befugnisse radikal auszuweiten Bis zu dem Punkt, dass die Europäische Kommission und damit die EU als supranationale Einheit Heute mächtiger ist als je zuvor Das interinstitutionelle Machtgleichgewicht hat sich massiv verschoben Weg vom Europäischen Rat, wo die Regierungen zusammenkommen, hin zur Kommission selbst Und Ursula von der Leyen hat dies als Präsidentin der Kommission Die sie sowohl während der Covid-19-Krise als auch zu Beginn des Ukraine-Krieges geführt hat Und die sie natürlich immer noch führt, ganz entscheidend gefördert Ich denke, dass sich bei der Analyse der Krisen klare Muster herauskristallisieren Und zwar in Bezug darauf, wie die Kommission diese Krisen bewusst genutzt hat Um immer mehr Macht in den eigenen Händen zu konzentrieren Das ist sehr besorgniserregend Denn jetzt haben wir eine undemokratische, nicht rechenschaftspflichtige, nicht gewählte Institution Die im Grunde genommen enorme Macht über so ziemlich jeden Bereich der Politik ausübt Von der öffentlichen Gesundheit über Wirtschafts-, Währungs- und Steuerangelegenheiten Bis zur Außenmilitär- und Sicherheitspolitik Für die die Kommission nach den Verträgen eigentlich überhaupt nicht zuständig ist Die Außenpolitik, insbesondere die Militär- und Sicherheitspolitik War schon immer ein Bereich, in dem die Regierungen verständlicherweise nur ungern Macht an die Europäische Union abgaben Tatsächlich hatte die Kommission in diesen Bereichen immer nur einen sehr begrenzten Einfluss Aber jetzt, dank des Ukraine-Krieges und der Art und Weise, wie von der Leyen diese Krise geschickt genutzt hat Um die Macht zu übernehmen und zu einem Ort der Oberbefehlshaberin der Europäischen Union zu werden Haben wir nun eine völlig undemokratische Institution, die in hohem Maße über die Außenpolitik Und die Militär- und Sicherheitspolitik der gesamten Europäischen Union entscheidet Was wirklich ziemlich erschreckend ist, wenn man bedenkt, dass wir über das wichtige Thema überhaupt sprechen Krieg und Frieden und die potenzielle Bedrohung des Überlebens jedes einzelnen Menschens in Europa Angesichts der zunehmenden Aussicht und Wahrscheinlichkeit einer direkten Konfrontation mit Russland Das ist der Prozess, den ich in meiner Studie beschreibe Ich hielt es für wichtig, die Menschen darauf aufmerksam zu machen Denn nicht genug Menschen sind sich darüber im Klaren, was in den letzten Jahren geschehen ist Und wie gefährlich die Situation ist, die aus dieser zunehmenden Supranationalisierung der Politik entstanden ist Die heutige Kommission ist nicht nur eine Bedrohung für die Demokratie, sondern auch für die Sicherheit und das Wohlergehen aller europäischer Bürger Lassen Sie uns über diese Krisen sprechen, die ihre Analyse zufolge ausgenutzt wurden und mit der Euro-Krise beginnen Und vielleicht besonders über Deutschland in diesem Zusammenhang Deutschlands Politik gegenüber der Europäischen Union entsprach lange Zeit der Beschreibung des Prozesses, den ich im ersten Teil des Interviews beschrieben habe Nämlich, dass nationale Regierungen und nationale Eliten die Europäische Union zu ihrem eigenen Vorteil nutzten Deutschland ist wahrscheinlich das klarste Beispiel dafür, dass ein Land die Europäische Union sowie das Narrativ Europäisierung Deutschlands Und der angeblichen Abkehr von Deutschlands hypernationalistischen Tendenzen der Vergangenheit nutzt Um in Wirklichkeit die nationalen Interessen Deutschlands, genauer gesagt die seiner kapitalistischen Eliten zu fördern Und etwas zu verfolgen, was man als eine Form von Wirtschaftsnationalismus bezeichnen könnte Lange Zeit konnte man die Beziehung Deutschlands zur Europäischen Union als eine Art Nationalismus durch Europäismus beschreiben Ein Großteil der Erzählung über Deutschlands Beziehung zur Europäischen Union ist völlig falsch Selbst wenn man bis zum Beitritt Deutschlands zum Euro zurückkehrt Offiziell heißt es, Deutschland habe dem Euro nicht beitreten wollen Aber dies sei der Preis gewesen, den das Land zahlen musste, damit andere Länder, allen voran Frankreich, die Wiedervereinigung akzeptierten Aber das ist weitgehend ein Mythos Wenn man sich die Geschichte dieser Zeit, der frühen 90er Jahre anschaut, stellt man fest Dass die politischen und wirtschaftlichen Eliten in Deutschland sehr wohl wussten Dass der Euro für Deutschland von wirtschaftlichem Vorteil war Oder besser gesagt, von Vorteil für seine Eliten Der erste wirkliche Coup der Kommission geschah während der Euro-Krise Als die Kommission unter dem Deckmantel der Reaktion auf diese Krise Beispiellose Befugnisse zur Überwachung und Einmischung in die Wirtschaftspolitik der Länder erhielt Die Übertragung von mehr Befugnissen an die Europäische Union zur Einmischung In die eigene Wirtschaft war etwas, dem Deutschland immer sehr misstrauisch gegenüberstand Da es als Land immer sehr stolz auf seine wirtschaftliche Souveränität war Und das zu Recht Aber Deutschland stimmte vielen dieser institutionellen Veränderungen zu Weil es erkannte, dass die Kommission sich nicht auf Deutschland konzentrieren würde Sondern auf die schwächeren Länder der Union, um sie zu zwingen Bestimmte Wirtschaftsreformen durchzuführen Und sich an die von Deutschland gewünschte Wirtschaftsagenda zu halten Dies sind eindeutige Beispiele dafür, wie Deutschland Europa benutzt hat Um seine wirtschaftliche und sogar politische Hegemonie über Europa zu behaupten und zu festigen Als die Euro-Krise ausbrach, sagten die Europäische Kommission und die anderen supranationalen Institutionen Wie die Europäische Zentralbank Wir müssen eine viel größere Rolle bei der Verwaltung der finanziellen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Länder spielen Um sie vor einem Zahlungsausfall zu bewahren Tatsächlich war die Architektur des Euro der Hauptgrund dafür Dass mehrere Länder überhaupt erst in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind Und dennoch wurde die Krise von der Europäischen Kommission genutzt Um vorübergehend die Kontrolle über die Finanzen dieser Länder zu übernehmen Die es geschah zum Beispiel durch die Troika, die Ad-Hoc-Institutionen Die sich aus der Kommission, der EZB und dem IWF zusammensetzt und während der Krise geschaffen wurde Und was bei all diesen Krisen passiert, ist, dass bestimmte Maßnahmen als vorübergehend und einmalig dargestellt werden Dann aber zu einem dauerhaften institutionellen Wandel führen So führte die Troika, die eine Ad-Hoc-Institution war Welche angeblich nur geschaffen wurde, um die aktuelle Krise zu lösen Zu einer Reihe von neuen Regeln, Gesetzen, Verordnungen, Organisationen Wie dem Europäischen Stabilitätsmechanismus Und sogar einem Vertrag, dem Fiskalpakt, Fiscal Compact Der die Sparpolitik und das System der fiskalischen Überwachung effektiv institutionalisierte Wobei die Kommission weitreichende Befugnisse erhielt, um die fiskalischen Haushalte der Mitgliedstaaten zu überwachen Dies führte zu einem massiven institutionellen Wandel und bedeutete eine enorme Machtverschiebung von der nationalen auf die supranationale Ebene Und dies war ein Muster, das sich in den folgenden Krisen wiederholte Als die Covid-Krise im Jahr 2020 ausbrach, setzte sich Ursula von der Leyen sofort an die Spitze der Krise Sowohl an der wirtschaftlichen Front als auch an der Front der Impfstoffbeschaffung Und das Argument war immer dasselbe Wir haben es mit einer massiven Krise zu tun Deshalb können wir die nationalen Regierungen nicht allein damit fertig werden lassen Wir haben das Fachwissen und sind die einzigen, die Entscheidungen für alle treffen können Und wenn man sich die wirtschaftlichen Maßnahmen ansieht, die während der Pandemie ergriffen wurde Wie zum Beispiel die Einrichtung des Europäischen Aufbauplans The Next Generation EU Fund Der als wirtschaftlicher Unterstützungsfonds vorgestellt wurde Um den Ländern bei der Bewältigung der Krise zu helfen So führte dies in Wirklichkeit zu einer Änderung der faktischen wirtschaftlichen Verfassung der Europäischen Union Denn zum ersten Mal sahen wir, wie die EU ein massives gemeinsames Kreditaufnahmeprogramm durchführte Was von bestimmten Ländern, insbesondere von Deutschland und von bestimmten Wählergruppen immer abgelehnt wurde Und dieser Widerstand wurde nicht durch eine demokratisch-öffentliche Debatte oder eine Vertragsänderung überwunden Sondern einfach unter dem Vorwand auf die Krise zu reagieren Unter dem Vorwand, wirtschaftlich auf die Covid-Krise zu reagieren Sind wir nun in eine Situation geraten, in der die EU gemeinsame Schulden aufnimmt Was sie noch nie getan hat, jedenfalls nicht in diesem Umfang Hinzu kommt, dass die Kommission für die Auszahlung dieser Gelder zuständig ist Was ihr natürlich einen enormen zusätzlichen Einfluss verschafft Nicht nur bei der Verwendung dieser Gelder Denn die Kommission entscheidet letztlich, wohin diese Gelder fließen Sondern sie kann diese Gelder auch dazu verwenden, Staaten zu erpressen Die sich nicht an die Brüsseler Agenda halten Indem sie damit droht, diese Gelder zurückzuhalten Wie sie es zum Beispiel bereits mit Ungarn und Polen getan hat Und dann, in der zweiten Phase der Covid-Krise Leitete die Kommission, oder besser gesagt von der Leyen selbst Im Alleingang ein massives Impfstoffbeschaffungsprogramm für die gesamte EU Und unterzeichnete im Namen der Mitgliedstaaten Verträge im Wert von sage und schreibe 71 Milliarden Euro Die meisten dieser Verträge wurden hinter verschlossenen Türen unterzeichnet Ein einziger Vertrag im Wert von 35 Milliarden Euro wurde von von der Leyen selbst In eine Reihe von Textnachrichten und Anrufen mit dem CEO von Pfizer, Albert Bourla, ausgehandelt Die inzwischen verschwunden sind Alle Bemühungen von Rechnungsprüfern, Transparenzbeauftragten, Europaabgeordneten, Journalisten und Bürgern Herauszufinden, was genau passiert ist, wurden abgewürgt Und Pfizer-Gate ist zu einem der größten Skandale in der Geschichte der EU geworden Und selbst das Argument der Kommission für dieses gemeinsame Beschaffungsprogramm Sie könne durch Verhandlungen im Namen aller Mitgliedstaaten niedrigere Preise erzielen Erwies sich als unbegründet Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine Anfang 2022 Setzte sich Ursula von der Leyen wieder an die Spitze der Reaktion durch die EU Und erreichte damit zwei Ziele, die sie seit ihrem Amtsantritt 2019 verfolgt hatte Die Ausweitung des Mandats der EU und der Kommission im Bereich Sicherheit Und gleichzeitig die Unterordnung des Blocks unter die US-NATO-Strategie Wodurch die EU im Grunde zum politischen Arm der NATO wurde Sie begann mit der Verabschiedung eines beispiellosen Sanktionspaketes Das buchstäblich am Tag nach der russischen Invasion verabschiedet wurde Also offensichtlich lange im Voraus vorbereitet worden war Viele weitere folgten Die Machtübernahme, um die es hier geht, besteht darin Dass traditionell der Rat für Sanktionsregelungen zuständig ist Während die Kommission nur die technischen Einzelheiten und die Umsetzung überwacht Die Rollen wurden nun einfach vertauscht Und der gesamte Prozess wurde von von der Leyen entwickelt und vorangetrieben Zweifellos in enger Abstimmung mit Washington Bis zu dem Punkt, dass die USA zumindest zu Beginn mehr über die Arbeit an den Sanktionen wussten Als die Mitgliedstaaten selbst Und Ende 2022 beschloss der Rat der Kommission die Befugnis zu übertragen Sanktionen für die Verletzung von Sanktionen festzulegen und durchzusetzen Was bis dahin in die Zuständigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten gefallen war Ursula von der Leyen hat in allen öffentlichen Äußerungen und Reden Einen zunehmend kriegerischen Ton zum Ukraine-Konflikt angeschlagen Immer mehr Sanktionspakete abgefeuert Und dann maßgeblich dazu beigetragen Dass die Militärhilfe ausgerechnet mit 3,6 Milliarden Euro Aus dem Finanzierungsmechanismus der europäischen Friedensfazilität finanziert wurde Mit dieser Strategie öffentlicher Erklärungen Die sich immer weiter verschärfen und immer radikaler werden Gelang es ihr, die EU-Strategie und die NATO-Strategie Die zu diesem Zeitpunkt nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind Allen überzustülpen Indem sie die Mitgliedstaaten durch Überrumpelung und einen gewissen Gruppendruck dazu brachte Ihrer Führung weitgehend zu folgen Wohlgemerkt in Fragen der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik Für die die EU, wie gesagt, gar keine formale Zuständigkeit hat In meinem Bericht gehe ich näher darauf ein Und beschreibe auch die Art und Weise, wie die Kommission diese Krise genutzt hat Um ihre Bemühungen voranzutreiben Abweichende Meinungen und Desinformation, wie es jetzt heißt In der EU durch eine neue Zensurregelung in Form des Gesetzes Über digitale Dienste einzuschränken und zu verbieten Ihre Studie wurde von MCC Brüssel veröffentlicht Können Sie uns ein wenig über diese Institution und ihre Beziehung zu ihr erzählen? MCC Brüssel ist eine ungarische Denkfabrik Sie wird nicht direkt von der Regierung finanziert Ist also eine unabhängige Denkfabrik Aber wie alle Denkfabriken vertritt sie eine Ideologie Und MCC Brüssel ist ziemlich eng mit den Ansichten von Viktor Orban verbunden Ungarn ist heute eines der wenigen Länder Die meines Erachtens noch für die Grundprinzipien der Souveränität und der Demokratie eintreten Und versuchen, sich gegen die zunehmende Einmischung der EU In die inneren Angelegenheiten der Nationalstaaten zu wehren Und es ist praktisch auch das einzige Land Das sich gegen die EU-NATO-Strategie in der Ukraine wehrt Die Institution hat natürlich ihre eigenen Ansichten Die sich teilweise mit denen von Orban decken Ich stimme nicht in allen Fragen mit Orban überein Aber ich stimme definitiv mit ihm überein Wenn es um seine Einstellung zur Europäischen Union Und seine geopolitischen Ansichten geht Insbesondere gegenüber der Ukraine und der NATO Allein die Tatsache, dass die Denkfabrik mit Orban in Verbindung gebracht wird Wird sie in den Augen einiger in Misskredit bringen Aber ich denke auch, dass diese Methode Jede kritische Meinung zu delegitimieren Indem man sie einfach als rechtsextrem Oder pro Putin Oder was auch immer bezeichnet Nicht mehr so gut zu funktionieren scheint Ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen erkennen Dass dies nur ein Weg ist, sich einer Debatte zu verweigern Ich habe den Bericht kürzlich in Brüssel vorgestellt Und es kamen viele feindselige Journalisten zu der Präsentation Ich glaube, sie kamen in der Hoffnung Ein paar gute Zitate zu bekommen Um einen Artikel gegen MCC zu schreiben Aber stattdessen haben sie festgestellt Dass das, was sie gehört haben Eine solide Analyse war Die nichts Rechtsextremes enthielt Und tatsächlich haben die meisten von ihnen am Ende Nicht darüber geschrieben Aus genau diesem Grund, denke ich Denn sie haben erkannt, dass sie die Zeitung Oder die Veranstaltung nicht verunglimpfen können Und einer von ihnen hat das mir gegenüber Sogar ausdrücklich zugegeben Ich schreibe also gerne für jeden Der mich ohne Zensur oder Einmischung schreiben lässt Das kann eine konservative Denkfabrik Wie MCC sein Aber ich würde genauso gerne für eine linke Denkfabrik schreiben Das Problem ist, dass sich die Linke Wie bereits erwähnt, so weit von ihren traditionellen Werten entfernt hat Dass sie einen Sozialisten der alten Schule Wie mich für einen Rechten hält Wenn er über die Bedeutung der nationalen Souveränität Oder andere derartige Themen spricht Es ist eines der Paradoxe des Zeitalters In dem wir leben Dass ich als jemand, der von der Linken kommt Von der sozialistischen Linken In einer Reihe von grundlegenden Fragen Wie nationale Souveränität Die Europäische Union Die NATO Der Krieg in der Ukraine Heute oft mehr mit Leuten übereinstimme Die von rechts kommen Oder die aus ganz anderen politischen Traditionen Kommen als ich Als mit denen auf der Linken Aber wie gesagt Ich sehe das nicht so Dass ich nach rechts gerutscht bin Ich sehe es so Dass die meisten Leute auf der Linken Völlig verrückt geworden sind Wie ich bereits gesagt habe Hat sich meine Position zu diesen Themen In den letzten 20 Jahren nicht geändert Und sie stimmt sogar eng mit der Position überein Die die Linke in diesen Fragen Bis vor ein paar Jahrzehnten vertrat Ich denke, unabhängig davon Ob man ihrer Beschreibung der Entwicklungen Als Putsch zustimmt oder nicht Können die meisten Menschen zustimmen Dass wir in den letzten Jahren Einen Machtzuwachs der Kommission erlebt haben Und dass sie Kompetenzen in Bereichen übernommen hat Die sie vorher nicht hatte Ich frage mich, ob es gegen diese Machtübernahme Die sie beschreiben Irgendeinen Widerstand gegeben hat Sei es vom Europäischen Parlament Von den nationalen Regierungen Oder von irgendeiner anderen Stelle oder Person Was zunächst das Europäische Parlament EP betrifft So wäre es naiv zu erwarten Dass ausgerechnet das EP sich dagegen wehrt Denn das EP hat sich schon immer Für die Stärkung der Europäischen Union Auf Kosten der nationalen Regierungen eingesetzt So haben die Abgeordneten Des Europäischen Parlaments in der Vergangenheit Stets die Übertragung von Souveränität Von der nationalen Auf die supranationale Ebene gefördert Das Europäische Parlament hat sich in der Vergangenheit Immer für die föderalistische Idee eingesetzt Die Vereinigten Staaten von Europa und so weiter Und hat sich daher in der Vergangenheit Immer für die Übertragung von Befugnissen Auf die Kommission Und für eine Ausweitung der Befugnisse Der Kommission auf Kosten der Nationalstaaten Ausgesprochen Auch wenn sie von der Notwendigkeit Einer Demokratisierung der Kommission Und so weiter sprechen Aber das ist nur eine Beschönigung dessen Was im Grunde die vollständige Unterstützung Der Idee der Supranationalisierung selbst ist Vielleicht wird das jetzige Parlament Einen etwas anderen Ansatz verfolgen Aber historisch gesehen war das Parlament Immer für die Übertragung von Befugnissen An die Kommission Also nein Es gab nicht viel Widerstand Es gab auch sehr wenig Widerstand Von Seiten der Bürger an der Basis Aber das liegt daran Glaube ich Dass sich viele Menschen Nicht wirklich bewusst sind Was passiert Außer auf einer Art instinktiven Ebene Dass sie das Gefühl haben Dass die Europäische Union Zu mächtig ist Als sie es sein sollte Aber es fehlt ihnen Ein tiefer Einblick Da hinein Was genau Auf institutioneller Ebene passiert Es gab auch relativ wenig Widerstand Von Seiten der Regierungen Aber ich denke Das könnte zum Teil Damit zu tun haben Dass im Kalkül Einiger Regierungen Immer noch ein wenig Von der vorhin erwähnten Schuldzuweisungslogik Im Spiel ist Wenn sie zum Beispiel Die Ukraine massiv unterstützen Und einen Stellvertreterkrieg Gegen Russland führen wollen Aber ihre Bevölkerung Diese Politik Wahrscheinlich nicht unterstützt Kann es sinnvoll sein Die Kommission Mit der Verfolgung Dieser Politik zu betrauen Denn dann können sie sagen Es ist die gesamte Europäische Union Die das tut Es ist nicht das Was wir wollen Aber sehen sie Es ist die Kommission Die die Führung In dieser Sache übernimmt Es ist die Europäische Union Die auf diese Politik drängt Und alle anderen tun es auch Also müssen wir uns dem anschließen Aber ich denke Es hat eher mit der Pfadabhängigkeit Der Supranationalisierung zu tun Wenn dieser Prozess einmal begonnen hat Ist es sehr schwer Ihn zu stoppen Oder zu unterbrechen Geschweige denn umzukehren Es entwickelt sich Eine Art Eigenlogik Selbst eine kleine Übertragung Von Souveränität Auf die supranationale Ebene Schafft die Voraussetzungen dafür Dass weitere Souveränitätsübertragungen Unvermeidlich Oder scheinbar unvermeidlich sind Die Existenz Einer supranationalen Institution Und die Mitgliedschaft In dieser supranationalen Institution Schafft einen sehr starken Institutionellen Materiellen Und ich würde sogar sagen Psychologischen Druck Auf die Regierungen Weitere Souveränitätsübertragungen Zu akzeptieren Besonders deutlich Wird dies im wirtschaftlichen Bereich Wenn man seine Geldpolitische Souveränität Aufgegeben hat Hat man auch einen großen Teil Seiner wirtschaftlichen Souveränität Aufgegeben Wenn es dann zu einer Krise kommt Hat man natürlich keine andere Wahl Als weitere Kontrolle An die Institution abzutreten Die tatsächlich die eigene Wirtschaft kontrolliert Und das ist nun einmal Die Europäische Union Wie wir während der Euro-Krise gesehen haben Aber allein die Zugehörigkeit Zur Europäischen Union Zu dieser Art von multinationalem Club Erzeugt einen enormen Druck Wann immer eine Krise Von kontinentalem Oder sogar globalem Ausmaß auftritt Übt dies einen enormen Druck Auf die Regierungen aus Zu akzeptieren Dass die Kommission Als einzige Institution Die in der Lage ist Schnell und auf europäischer Ebene Zu handeln Die Führung übernehmen sollte Ich denke Der Aufstieg Der sogenannten Populistischen Parteien In ganz Europa Ist eindeutig Eine starke Ablehnung Ihrer eigenen Regierungen Und deren Politik Aber es ist definitiv auch Indirekt Eine Ablehnung Von politischen Entscheidungen Auf EU-Ebene Und der Entwicklungen dort Da die Regierungen Oft nur die Umsetzer Der Politik Der Europäischen Union sind Die Menschen haben also In gewisser Weise versucht Sich durch ihre Stimmabgabe Zu wehren Und natürlich Sollten wir darauf hoffen Dass dies noch viel mehr geschieht Haben Sie darüber hinaus Eine Idee Oder einen Vorschlag Was die europäische Öffentlichkeit Oder die deutsche Öffentlichkeit Gegen diese Machtübernahme Tun könnte Wenn sie mit ihrer Analyse Übereinstimmt Was wir meiner Meinung nach Tun müssen ist Das Bewusstsein dafür zu schärfen Was passiert Und mehr Bewusstsein dafür zu schaffen Was für ein Problem Die Europäische Union Wirklich ist Und wie sehr sie Eine Bedrohung darstellt Ich denke Das ist das Beste Und Wichtigste Was wir tun können Wir müssen einfach Das Bewusstsein dafür schärfen Wie wichtig es ist Diese Institution Zurückzubauen Es ist für die Menschen Fast unmöglich geworden Sich ein Europa Ohne die EU vorzustellen Aber ehrlich gesagt Müssen wir feststellen Dass sich die inneren Widersprüche Der Europäischen Union Immer mehr verstärken Und so ist es alles andere Als klar Dass die EU Die nächsten 10 oder 20 Jahre Überleben kann Die wirtschaftlichen Widersprüche Die sich aus ihr ergeben Werden immer größer und größer Die Wirtschaftsleistung Europas Ist im Grunde die schlechteste Unter den Industrieländern Und dafür trägt die EU Einen großen Teil der Verantwortung Hinzu kommt der ständige Druck Den die EU Auf den demokratischen Prozess ausübt Wie lange kann das gut gehen Wie lange kann man Parteien unterdrücken Die kritisch gegenüber Der Europäischen Union sind Und dann gibt es natürlich Noch das geopolitische Element Die Art und Weise Wie die Europäische Union Eine Schlüsselrolle dabei spielt Uns in einen potenziell Katastrophalen Konflikt Mit Russland zu ziehen Die Europäische Union Ist heute also Ein völliger wirtschaftlicher Politischer Und geopolitischer Misserfolg Vielleicht nicht aus der Sicht Der Eliten Aber definitiv aus der Sicht Der überwiegenden Mehrheit Der Menschen Sie hat uns alle Auf so vielen Ebenen Im Stich gelassen Ich würde mir wünschen Dass in ganz Europa Eine starke Bewegung Gegen die EU entsteht Denn ich denke Dass wir nur aus der Asche Der Europäischen Union Ein Europa wieder aufbauen können Das auf echter Zusammenarbeit Zwischen den Staaten Echtem Internationalismus basiert Was die Existenz Souveräner Staaten voraussetzt Das ist etwas ganz anderes Als das Was wir jetzt haben Nämlich den Supranationalismus Der die Negation Der Nationalstaaten Und damit die Negation Des Internationalismus ist Hoffen wir also alle Dass sich eine Form Des europaweiten Widerstands Gegen diese höchst destruktive Institution herausbildet Und das Beste Was wir tun können Ist das Bewusstsein dafür Zu schärfen Was die EU wirklich ist Und hoffentlich eine Rolle Bei der Entstehung Dieser Bewegung zu spielen Dieses Audio konnte nur entstehen Weil zahlreiche Leser und Leserinnen Die Nachdenkseiten fördern Und durch Spenden unterstützen Wenn Sie auch etwas tun wollen Klicken Sie einfach Den entsprechenden Button Auf unserer Website an Übrigens Sie können uns auch Bei iTunes Soundcloud Und YouTube hören Und wenn Sie mögen Gerne unseren Kanal abonnieren Und eine positive Bewertung Für uns abgeben Wir freuen uns Über Ihre Unterstützung Und die Weiterverbreitung Unserer Inhalte Und die Weiterveratorium Und die Weiterver錯